Das ist der Triforce der Weisheit, Link. Der teuflische Hexenmeister Ganon besitzt den Triforce der Macht. Derjenige, der beide Triforce besitzt, wird für immer der alleinige Herrscher über dieses Land sein. Du musst mir helfen. Hey, für euch mach ich doch alles, Prinzessin. Wirklich einsame Spitze, du Held. Hey, ich tu mein bestes, Prinzessin.